Hey, willkommen zurück zu Minimetro. Wir waren zuletzt in Osaka unterwegs und sind jetzt zurück in Russland. Erstmal in Russland, in St. Petersburg. Transportiere Fahrgäste von und zu den Inseln in der Neva. Da müssen wir 500 schaffen. Okay, dann mal gucken, ob wir 500 in St. Petersburg schaffen. Zwischendurch waren die ja schon ziemlich fies. Ziemlich harte Brocken dabei. Ich denke, das sollte man schon hinkriegen. Der Schikansen in Osaka hat mir gut gefallen. Boah, direkt mit der Rorte dabei. Dazu. Getunnels. Die ersten 10 haben wir schon geschafft. Der Schikansen in Osaka ist eine interessante Idee. Jetzt haben wir noch zwei Tunnel. Jetzt wird es ein wenig schwerer. Wir können maximal vier Züge fahren lassen. Das haben wir ja auch schon gelernt. Also vier Züge pro Linie. So lange der längste Zug werden kann. Das habe ich beim letzten Mal noch nicht ausprobiert. Schauen wir mal, ob das bei diesem Mal mit ergeben wird. Oder nicht. Okay. Das ist blöd, dass er da für einen Tunnel verschwendet. Wir können auch hier außen rum fahren. So. Hier aber noch. Einen Tunnel. Einen. Und dann. Bei Lok. Oh. Kein Tunnel. Ja. Nochmal. Jetzt sind wir rot. Noch eine Lok. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch eine Linie machen. Nur hier unten auf der Hauptinsel hin und her. Jetzt die Tonne wieder? Ja. So, jetzt auch Säcke. Kann ich sie auch noch blau anschauen? Ja. Kann ich. Neue Lok und Tunnelbeter. Ja. 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 So blau, muss ich mit diesen Spezialdingern da ordentlich was fahren. Da fahren wir mal ein bisschen anders, da hin, dann so. Das haben wir noch drunter, ja zwei Stück sogar noch. So 500 sollen wir schaffen. Ich kann noch einen Waggon anhängen. Oh Gott. Ich muss einsammeln, ja, boah, gut, geglaubt. Jetzt haben wir das ein. Um. Ich kann noch irgendwas mitkriegen. Blau fahren, zwei Züge schon. Ich muss noch einmal rot mitfahren lassen. Rot, ausladen, entladen, zu laden, wegladen. So, den habe ich ja, äh, anschließend. Nein, ohne, 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 ohne. Bitte meine blauen schafft das noch. Weil die sind immer so voll geladen. Wahrscheinlich nix wird. Ah, leer. Nein, 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 nein. Das wird leider nichts. Ja, 392 Fahrgäste innerhalb von 29 Tagen. Leider nicht geschafft. Wäre aber sicherlich beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. 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 Ciao.